Wenn Sie den geeigneten Ort für Ihren Aufenthalt in Wien suchen, dann sind Sie bei den Apartments Salmgasse genau richtig. Unsere beiden Apartmenthäuser liegen sehr zentral in einer ruhigen Seitengasse der Landstraße Hauptstraße und bieten Ihnen genau jenen privaten Rückzugsraum inmitten der pulsierenden Stadt, den Sie zur Vorbereitung auf Ihre Auftritte, Geschäftstermine kurzum während Ihrer Zeit als Expat in Wien benötigen. Einige der 19 individuell gestalteten Apartments mit Parkblick oder Garten liegen im ehemaligen Palais Harrach. Diese sind großzügig gestaltet und versprühen das Flair des kaiserlichen Wien. Daneben logieren Sie in unserem modernen Design-Apartmenthaus mit sonnendurchfluteten Suiten oder modernen Zweizimmer- oder Studio-Apartments. Schon seit Jahren genießen weltbekannte Künstler wie Oscar-Preisträger, Opernsänger oder Filmregisseure, ebenso wie Diplomaten und Geschäftsleute, die private Vertraulichkeit und den familiären Charakter der Apartments Salmgasse. Sie alle finden hier weit mehr als einen Platz zum Schlafen. Unsere Gäste schätzen einfach den Komfort, das Flair, die Diskretion und den professionellen Service unseres Hauses und das zu sehr vernünftigen Preisen. In unmittelbarer Nähe finden Sie alles, was Sie an Shopping, Verkehrs- und Freizeitinfrastruktur benötigen. Besuchen Sie einfach unsere Homepage. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns auf Sie.